Das hier ist der Weg zum Wasserpuppentheater, was das genau ist, werden wir gleich sehen, genau was ist, aber im Moment noch nicht. Das hier ist das Wasserpuppentheater von Hocemin City von innen. Soll ist die Bühne und hier sind so die Ränge. Leider keine Klimaanlage, nur zwei so rotierende Ventilatoren, die bringen aber nicht viel. Die Lufttemperatur ist bis jetzt 35 Grad gestickig. Die Lufttemperatur ist bis jetzt 50 Grad gestickig. Die Lufttemperatur ist bis jetzt 100 Grad gestency. Der Tenemos einen 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Vielen Dank.